Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Schulungsvideo Level 9 PKV. In diesem Video zeigen wir Ihnen, wie Sie Alttarife hinzufügen können. Ich habe bereits einen Vergleich über eine Krankenvollversicherung für unseren Kunden erstellt. Sie sehen, wir finden hier 1669 verschiedene Tarifkombinationen. Das sind alles Tarife, die Sie jetzt aktuell auf dem Markt abschließen können. Wenn Ihr Kunde bereits über eine private Krankenvollversicherung verfügt und Sie diesen Tarif hier in der Ergebnisliste nicht finden, das heißt, es ist ein alter, bereits geschlossener Tarif, haben Sie die Möglichkeit, über den Reiter hier oben links Tarif hinzufügen, wenn wir den einmal anklicken, über alle Gesellschaften hinweg, in diesem Dropdown-Menü, wie Sie sehen, über alle Gesellschaften hinweg, alte, bereits geschlossene Tarife zu finden. Wir gucken uns exemplarisch mal einen Tarif der Zentral an. Sehen Sie hier, Zentral habe ich eingegeben und Sie sehen hier die verschiedenen Möglichkeiten. Sie haben kompakte Krankenvollversicherungen, einmal hier aufklicken, und sehen Sie alle kompakten Tarife der Zentral. Wenn wir den Reiter einmal wieder zumachen, gibt es natürlich auch Tarife, die aus sogenannten Bausteinen bestehen. Da haben Sie den Baustein ambulant, den Baustein stationär, Zahn und so weiter. Der Einfachheit halber gehen wir auf einen kompakten Tarif, wählen den Zentral Vario, den V111 S2 aus, 2012 geschlossen, haken ihn hier an, klicken unten rechts einmal auf Übernehmen. Das Ganze wird jetzt analysiert von Level 9. Und wenn Sie hier unten darauf achten, wenn die Analyse durchgelaufen ist, sehen Sie, dass jetzt nicht mehr 1669 Tarife, sondern derer 1670 drin sind und eine ist bereits ausgewählt. Sie sehen, vorher haben wir alle angezeigt, jetzt sind es nur noch 40. Das liegt daran, dass wir einmal oben den Schieberegler bitte wieder nach unten stellen, um alle Tarife zu sehen, nämlich auf 0%. So sind alle da und hier oben erscheint jetzt auch der Tarif der Zentral, den wir eben für den Kunden rausgeholt haben. Nochmal ganz wichtig, hier auf dem i, der Tarif ist nicht mehr aktiv im Verkauf. Das wissen wir, das ist der bestehende Kundentarif und den vergleichen wir jetzt von mir aus mit einem Tarif der Universa, den wir unserem Kunden anbieten möchten. Wir nehmen von mir aus den Universa VE 2000G, wählen den einmal an, haben jetzt zwei ausgewählte Tarife, gehen auf Vergleich Leistung. Das Ganze wird verglichen und Sie können jetzt hier beide Tarife, wie Sie es gewohnt sind in Level 9, miteinander vergleichen. Weitere Videos finden Sie auf www.level9.de und Sie können jetzt auch ein paar Tage. Bis zum nächsten Mal.